Herzlich Willkommen zum Tutorial Fake News erkennen. Der kreative Umgang mit der Wahrheit hat viele Namen. Und er geschieht nicht immer böswillig. Häufig werden falsche oder falsch interpretierte Nachrichten in sozialen Medien rasend schnell und mit weitreichenden Folgen verbreitet. Wenn Sie den Links folgen, finden Sie Beispiele, die viel Aufregung verursachten. Diese Links führen zu einem typischen und einem amüsanten Beispiel. Und die böse Fantasie ist nicht zu bremsen. Alles nur gefälscht und verdreht. Auf dieser und den folgenden Folien finden Sie Anregungen, die schönen neuen Nachrichten misstrauisch und kritisch zu lesen. In vielen Fällen können Sie die zweifelhaften Informationen hier überprüfen. Diese Links führen zu Videos und Informationen über Fake News, Social Bots, gefälschte Statistiken und Bilder. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für's Zuschauen.